Ihr wollt ein Jahr in die USA gehen und unsere Heimat als Juniorbotschafter vertreten? Dann macht es doch wie Richard, Nikolas, Lea, Joel, Tabea, Lennart und Elisa und bewert euch für das parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages. Egal ob Schüler oder junge Berufstätige, ihr könnt ein Jahr in den USA verbringen. Ihr könnt das Land kennenlernen und ihr könnt gegenseitiges Verständnis von Deutschland und Amerika sozusagen leben. Ja, und was ist da zu tun? Einfach bewerben auf dieser Internetseite und vielleicht werde ich eure nächste Patin beim 39. Austauschprogramm des parlamentarischen Patenschaftsprogramms des Deutschen Bundestages. Viel Erfolg!